In den Clips der Woche! In den Clips der Woche! Ich weiß nicht ob man mich verstehen kann! Wir haben heute Dienstag den 16. April von gestern losgefahren und habe zwei Heller geholt für Illinois. Ich bin gestern nicht so weit gefahren, war dann etwas müde, habe heute ein bisschen länger geschlafen. Ich bin nämlich heute Nacht dreimal wach geworden, weil es nachts um drei oder so so dermaßen geregnet hat, also noch schlimmer als jetzt hier, dass ich davon wach geworden bin. Also richtig laut auf dem Dach geprasselt und richtig der Truck hat gewackelt. Und dann bin ich heute morgen etwas zacknuscht wach geworden und bin den ganzen Tag hier in diesem Regen unterwegs. Ich fahre auf 95 kmh, weil wir super heftigen Wind von vorne haben und ich bin momentan bei 53 Liter Verbrauch auf 100. Schrecklich! Sobald ich auf 100 oder 105 gehe, dann gehe ich ganz straff auf die 60 Liter auf 100 zu. Also das ist echt der Wahnsinn gerade. Aber Heller sind doch immer sehr windanfällig, nicht so schön für den Verbrauch. Aber positiv denken, der Truck ist sauber. Und ich habe gestern wirklich überlegt, ich hatte ja noch Zeit, ob ich den Truck wasche oder ob ich ein Video mache. Und ich habe mich für ein Video machen entschieden, das mit den Trailern und das kleine Mini-FHQ. Ich hätte in der Zeit auch den Truck waschen können. Ich dachte mir dann aber, naja, so dreckig ist er nicht. Und wir haben ja April, da ist ja sowieso immer schlechtes Wetter vorausgesagt oder ist ja normal. Ja, das lasse ich mich hier so durch die Gegend wehen und hoffe, dass ich nicht umfliege, umfalle. Aber wie gesagt, der Wind kommt relativ gerade von vorne, ein bisschen von da glaube ich so. So, dass ich gerade echt nicht schneller fahren will. Ich habe es nicht allzu eilig. Ich werde also heute noch fahren, soweit ich komme. Ich habe noch knapp sieben Stunden Fahrzeit übrig. Morgen dann den Rest zum Kunden. Dann noch fünfeinhalb Stunden zum Rückladen für den Sprayer. Und mich dann spätabends dann wahrscheinlich erst beim Sprayer laden und dann Donnerstag früh laden. Und dann schauen wir mal, wie das Wetter ist, wie die Straßen sind. Ob ich den am Freitag noch abliefern kann oder ob ich dann erstmal nach Hause fahre übers Wochenende. Von daher bin ich nicht allzu sehr im Zeitstress. Und dann tut es auch nicht so weh, wenn man so lange ran fährt. Weil normalerweise langsam fahren ist nur, wenn man sich so an 105 oder 110 gewöhnt hat mittlerweile, ist 95 schon echt, oh, sehr anstrengend. Wenn es jetzt nicht so, also wenn das Wetter nicht meine volle Aufmerksamkeit erfordern würde. Wenn jetzt gutes Wetter wäre und trockene Straße und ich würde 95 fahren, würde ich wahrscheinlich kurz vorm Einschlafen sein. Das wäre echt zu langsam. Aber bei dem Wetter hier bin ich so voll konzentriert. Schaue immer so weit wie möglich nach vorne. Den Trakt, der mich gerade überholtert, den sehe ich jetzt kaum noch. Ich weiß nicht, auf der Kamera sieht man ihn wahrscheinlich noch, aber bei mir ist das alles schon so ein Grau in Grau verschwunden. Ein bisschen Salz kommt da wieder ein bisschen. Man kann nicht allzu weit gucken, von daher muss man auch nicht schnell fahren. So sieht's aus. Nächster Tag kein Regen mehr. Es hat zwar die ganze Nacht noch geregnet, aber heute Morgen hat's aufgehört. Und wir sind in Bloomington, Illinois. Bloomington ist ja für langjährige, fleißige Zuschauer vielleicht bekannt. Weil ich ja einige Jahre lang einen deutschen Zuschauer hatte, der mittlerweile dann zu einem guten Freund geworden ist. Der Nils, der nicht mehr hier lebt. Nils ist nach Colorado gezogen. Nils ist jetzt Farmer in Colorado. Aber er ist in meinem Telefonnummer noch abgespeichert als Nils Bloomington. So, und wir fahren jetzt hier noch auf der Nordseite. Auf der Nordseite von Bloomington sechs Kilometer. Und dann fahren wir Richtung Süden. Also wir fahren nicht komplett durch Bloomington durch, aber so am Rande entlang. Und dann fahren wir Richtung Osten, weil wir müssen nach Gibson City, Illinois. So sieht's mal aus. So, der Truck läuft. Einwandfrei. Toi, toi, toi. Und, äh, ich sag mal so schön, sonst keine weiteren Vorkommnisse. Wetter wird auch besser da hinten. Heute hatte ich in die letzten zweieinhalb Stunden, hatte ich guten Rückenwind. Ist immer gut für den Verbrauch, wo ich gestern ja so schrecklichen Seiten- und Frontwind hatte. Da hatte ich jetzt guten Rückenwind. Und in 60 Kilometern bin ich dann beim Kundenlader ab. Und dann geht's fünfeinhalb Stunden Richtung Westen. Da dann zwar mit Wind von vorne, aber da ich ja dann leer bin, macht mir das nicht allzu viel. Hab ja einen erodynamischen Truck. Da ist das alles nicht so schlimm. Und mit einem leeren Trailer geht das auch immer ganz gut. Kann ich mir dann Zeit lassen, dann will ich nochmal vielleicht duschen gehen zwischendurch und essen gehen. Oder haben wir was zu essen machen im Truck. Ich werde ja mal wieder in den Kommentaren gefragt, ob ich nicht mal zeigen kann, wie ich mir was zu essen mache im Truck. Also ihr wärt enttäuscht. Also bis gestern jedenfalls. Weil gestern hab ich mal was neues probiert. Aber normalerweise ist... Normalerweise ist Essen machen im Truck für mich... Tupperdose auf, Mikrowelle an, 8 Minuten und dann direkt aus der Tupperdose essen. Oder nicht Tupper, aber halt irgendeine Plastikdose. Ikea hat übrigens ganz gute Plastikdose. Die nehmen wir ganz oft. Ja, meine Frau kocht ja sehr gut. Und wenn sie was kocht, dann ist es meistens so viel, dass immer noch ein, zwei Portionen abgepackt werden. Und dann nehme ich die mit und dann esse ich die unterwegs irgendwann. Ansonsten schmiere ich mir eine ganz normale deutsche Käse-Stulle. Im Walmart gibt es immer so schönes deutsches Schwarzbrot. So ein dunkel-schwarzes, fast so Pumpernickel-mäßig nicht ganz. Aber es gibt so verschiedene Geschmacksrichtungen. Da habe ich immer was davon im Truck. Und ich habe auch Vasa Knäckebrot im Truck. Alles nicht gesponsert, weil ich das ja selber kaufe. Ja, dann mache ich mir dann auch ganz gerne mal in eine normale Käse-Stulle. Weil das geht schnell. Kann man zwischendurch mal schnell machen. Macht auch satt. Ist jetzt nicht sonderlich ungesund oder irgendwas. Von daher... Und das ist halt jetzt nichts, wo man groß... Oh, danke. Das ist nichts, wo man groß jetzt was zeigen muss, wie man da Essen macht oder so. Das ist jetzt... Das ist so Quatsch. Ich hole mir auch immer oft im Walmart irgendwelche Fertig-Salate. Wo man einfach nur eine Schüssel nimmt und den Salat reinballert. Und dann hat man noch so zwei, drei Zutaten. So Körner oder irgendwas oder Croutons. Und Dressing ist meistens mit dabei. Okay. Dann mischt man das in der Schüssel zusammen und dann hat man einen fertigen Salat. Und bis gestern war ich eigentlich nicht so der Typ, der im Truck großartig kocht. Achso, wie schnell darf ich denn hier überhaupt? Edmund sagt 45. Dann bleiben wir noch mal unter 50, vorsichtshalber. Ja, und gestern bzw. jetzt die... Ach, ich habe es gewusst. Es war so klar. Es war so klar. Ich habe schon darauf gewartet. Ich habe mir bei Amazon einen Topf bestellt. Und der Topf hat... Der ist quasi seine eigene Heizplatte. Der hat unten eine Heizplatte im Topf drin. Und ein Kabel dran. Und ein Schalter mit High und Low. Mehr ist das nicht. Und damit kann man sich richtig einfach und schnell Essen machen. Der hat so eine Beschichtung. Da muss man nichts groß sauber machen. Den wischt man einmal aus. Und dann ist gut. Und den habe ich gestern zum ersten Mal probiert. Und habe mir... Erst habe ich mir Nudeln gekocht. Klingt richtig schnell. Der einzige Nachteil an dem Ding ist, weil der so viel Strom zieht, muss der Motor laufen. Also Mikrowelle zum Beispiel kann ich auch ab und zu mal so 5-6 Minuten anmachen, ohne dass der Motor läuft. Das können die Batterien locker ab. Das ist überhaupt kein Problem. Aber der Topf, da muss der Motor laufen. Aber dafür ist er halt auch schnell. Also die Nudeln, das Nudelwasser war super schnell heiß. Die Nudeln waren super schnell fertig. Danach habe ich mir so ein bisschen Tiefkühlgemüse in den Topf nochmal eingeschmissen und warm gemacht. Und da habe ich mir in Walmart geholt so eine Tüte mit Möhren und Rosenkohl. Weil Susi isst kein Rosenkohl. Und ich hatte schon ewig keinen. Da hatte ich mal Bock drauf und der war gar nicht mal schlecht. Hätte noch 2-3 Minuten länger gekonnt, aber war schon ganz gut. Ja, da hatte ich dann Möhren mit Rosenkohl und dann habe ich mir so kleine Mini-Steaks gemacht. So eine Minuten-Steaks oder wie die heißen. Und da habe ich mir zwei kleine Steaks in den Topf geschmissen und das quasi als Pfanne genutzt. Ein bisschen Öl ran. Und habe die Steaks gemacht. Die waren auch super schnell fertig. Boah, hier, Motorradgang. Ein Motorradgang zockt wieder die armen Bürger ab. Ja. Und da hatte ich ein richtig leckeres Mahl gestern. Das war relativ schnell zubereitet alles. Ohne größere Probleme. Und dann hatte ich Nudeln mit Möhren und Rosenkohl und einem Steak. Und dann habe ich in die Nudeln, habe ich mir noch ein bisschen Pesto gemacht. Da brauchen wir ja nichts weiter machen. Glas auf, rüber, zack, fertig. Ein bisschen verrühren. Und das war lecker. Das war richtig lecker. Das werde ich wohl in Zukunft öfter machen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt was wert ist zu filmen. Aber manche Leute stehen ja auf komische Sachen. Also wenn ihr das unbedingt wollt, kann ich auch gerne sowas dann nochmal filmen. Ja, wie gesagt, dieser Topf ist jetzt das erste Mal im Einsatz. Wäre ich auf jeden Fall öfter machen. Naja, und dann hatte ich ja früher so, in älteren Videos habe ich das ja ein paar Mal gezeigt. Im Sommer habe ich mir dann gerne mal so einen Grill mitgenommen. So einen Propan, kleinen Mini-Grill. Und dann habe ich hier so eine kleine Pfanne gehabt. Oder habe ich auch noch mal irgendwo. Das werde ich jetzt im Sommer bestimmt auch mal wieder machen. Aber ja, da ist halt immer so eine Zeitfrage. Man muss das Ding aufbauen draußen. Also ich mache hier nichts mit offener Flamme im Truck oder so. Das ist mehr zu heiß im wahrsten Sinne des Wortes. In 1 Kilometer, turn left on East Empire Street, I-09. Ähm, aber... So, jetzt muss der mich mal reinlauern. Oh, der lässt mich rein. Wie nett ist das denn bitte? Ähm, ja, die muss man halt immer draußen aufbauen. Das Gas anschließen. Und dann da so brutzeln. Und wenn das fertig ist, muss man es alles wieder sauber machen. Und wieder wegpacken. Da ist natürlich so ein schneller Topf irgendwie viel besser geeignet. Aber wenn man mal Zeit hat, und das ist halt die nächste Sache. Ich habe halt auch nicht immer ewig Zeit, mir da einen schönen Grill aufzubauen oder so. In 300 Meter, turn left on East Empire Street, I-09. Aber das werde ich auch mal irgendwann wieder machen, ja. Macht sich natürlich nur im Sommer gut. Bei minus 10 oder minus 20 Grad steht keiner draußen und grillt. Also ich bin zwar in Kanada lebend, aber deswegen bin ich ja noch lange kein Kanadier. Die machen sowas vielleicht, aber ich nicht. Und so. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020